Zweiter Tag und ich habe einen Verschleiß. Guckt mal, schon wieder ein neues Team am Start. Seid ihr glücklich? Die sagen einfach nichts. Total glücklich, weil wir mit dir hier sein dürfen. Das glaubt euch jetzt eh keiner. Doch, echt? Also, eigentlich dreht der Tom total gerne mit mir. Ja, ich liebe es. Kannst du meine Nasenspitze nochmal messen? Ja, deine Nasenspitze hat 11,4 Grad. Das ist ganz schön kalt. Ihr Lieben, ich darf euch nämlich immer noch nicht verraten, was genau wir drehen. Aber wir machen hier lustige Experimente. Wir haben nämlich eine Wärmebildkamera. Und jetzt wird einfach die ganze Zeit gemessen, wie warm ich bin. Und meine Nasenspitze ist mega kalt. Kann man das sehen, dass sie so blau ist? Ja, ziemlich gut sogar. Voll krass. Mess sie nochmal. Wie viel Grad habe ich? Ja, so 13, 13 Grad jetzt. Okay, und meine Hand? Deine Hand. Hauptsache, wir haben nichts zu tun. 30, ungefähr 30 Grad. Oh nein, so eine Kamera ist cool, oder? Mess nochmal meine Nasenspitze. Kann ich mal ein Teamfoto machen? Wie geil mit dem Zähn. Das soll man ein Teamfoto machen, oder? Ja, setz dich hin. Wir machen ein Wärmeshäfen. Guck mal. Oh Gott, guck mal, wie ich aussehe. Aber meine Nase ist echt kalt, ne? Das ist das Original. Ach, das macht die, macht die. Scheint schon, kriegen wir das denn so? Ja, wir machen jetzt ein Wärmebild-Selfie. Ach du Scheiße! Oh, ihr habt auch voll. Guck mal, wie geil das ist. Ihr habt auch alles, mach nochmal das Bild. Wie krass, ihr habt auch voll die kalten Nasen. Aber das ist dann für echt schwere Kameras, oder wenn du die sehr lange... Ich mach schon wieder Pause. Aber ich muss jetzt mal Brötchen weglegen, arbeiten. Ihr wird nicht nur rumgesessen und gefuttert. Guck mal, das ist auch schon mein Muffin. Wo sieht man den denn? Da. Mein Muffin und mein halbes Brötchen. Ess ich gleich alles noch auf. So. Ja, war doch klar. Wusstest du nicht, dass man den dann rummachen muss? So, pass auf. Kommst du klar? Ja, ja, ich komm. Ich komm. Hier, das war aber klar, dass das so funktioniert. Also sie... Na, sind sie frei. Versuche diese. Das ist auch dunkel. Ne, das wollen wir nicht. Wir haben nicht nur eine Wärmebildkamera, wir haben auch eine Highspeed-Kamera. Sechs. Wo ist sie denn? Ach da. Und damit kann man total lustige Sachen machen. Also, ich zeige euch das gleich mal. Können wir loslegen? Nein. Bitte. Zeig, dass sie so abbrechen. Ausfragen. Okay, für euch sah das jetzt normal aus. Gleich geht's los. Schon an? Ja, läuft schon. Aber schon so langsam. Vollidiot. Äh, stimmt. Du Arsch. Da hole ich Luft, ich hole Luft, ich hole Luft. Gleich geht's los. Jetzt hat. Wie doof ich gucke. Aber das muss ich nachher wieder abspeeden. Boah, ist das geil. Ich muss so ein bisschen was schielen dabei. Okay, wir machen gleich eins nochmal mit schielen. So, ihr Lieben, wenn ihr wissen möchtet, was ich hier mitten im schönen München gemacht habe für Galileo, mit einem Notenständer, einer Schüssel und mit Essstäbchen, dann schaltet doch einfach ein. Wann das Ganze läuft, das verlinke ich euch natürlich in der Infobox. Und ich freue mich, wenn wir uns dann sehen bei Galileo auf ProSieben und natürlich im nächsten Video. Tschüss!